Anschließend, diesen Applaus auch nochmal für euch, ein bisschen Backstage-Strahl. Auch hier die Vorstellung der Realgebnisse des Strauts, die 153 Pimian Lüsken-Brentina, die 154 Marina Fleming von Tiefeltschein-Großbarn-Dinemburg. Die 155 Karola Kleiner, die 157 Annika Siebert von Helfi-Satz-Großbarn-Dinemburg, die 159 Karina Graubstein von Kraftstation Körn, die 169 Julia Berns von Olympus-Dinburg-Dinemburg, die 163 Karina Rundgier von Goldin Engel, Nummer 62 Kameran-Beutemann-Powerhaus-Meifeld, Nummer 63 Jessica Miller-Fitness-And-One, Nummer 64 Karina Lever von Hustle-Base-Cinola, Nummer 65 Patrizio Eiland-Athletic-Turk-Obo, Nummer 67 Schueln-Meyer-Body-Team-Hindel, Nummer 68 Karina Riedens-Alkott, Nummer 69 Marleen Rögelin von Powerhouse-Meister-Meifeld, Nummer 70 Larissa Brauch, Nummer 72 Nina Babio von Powerhouse-Meifeld, Nummer 72 Eiland-Viktor Helfer von Tinscha-Nein, Nummer 74 Siljana Schmidt von Politiker-Meifeld, Nummer 74 Kameran-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Appreisen-Cinola Blaschland-Meifeld, Nummer 54 Karina Rögelin von Toll applied orBeutemann-Beutemann-Beutemann-Beutemann-Baseime- northwestern-Beutemann-Beutem-Baseireien-Snet-Beutemann-Beutemann-Vorfolksfaktor스트�, Nummer чем experimentale Erbäude, Da stehen wir schon, jetzt die Paragse, die nummerisch nicht die gleiche, wenn wir uns da umgestellt haben. Aufsachen! Aufsachen! Schellie! Fein! 153, glaube ich, waren Sie da noch nicht. Habt ihr die Nummer, die Männer? Ja! Ja! Ja. Auslachen! Auslachen! Beine! Auflachen! Beine! Beine! Und der Schritt immerhin! Schönen Punkt, Herrmann! Schönen Punkt, Herrmann! Sehr schön, Karina! Elli, Beine! Elli, Beine! Ja! Alles Gähn! 18er-13er, dann können wir drei, Sechsergruppen machen. Jetzt kann es gehen! Schließe, schließe! Schließe, Schließe! Schließe! Bauchstab, mein? Schließe, Gehle! Bauchstab! Eine fitte Meilenin nach der Sitz. Eintritt! Frau Gigi, was ist denn da? Schieb! Eine Vierteldrehung zurück in Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Schieb! Und eine Vierteldrehung zur Vor- und Ansicht. Platz links! Danke schön! Ja, sehr schön! Verabschieden! Sehr gut! Danke! Hallo! Margarina, jetzt Vollgas! Mari, geht tief an, geht tief an! Sehr gut! 163, genau, nicht ganz so breitbein, Gewicht auf ein Bein, eine Viertel-Drehung nach rechts. Komm, Ellie, schneller, hoch, hoch. Und wieder aufbauen, heute lächeln, wenn ihr es haben. Eine Viertel-Drehung zur Rückenansicht. Nicht so weit nach vorne, Leute. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Auf, nach, schneller, hoch, 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 hoch. Und eine Viertel-Drehung zur Frontansicht. Danke schön. So, 170, das klingt so nicht, also machen wir auch mal was. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung zur Rückenansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Und eine Viertel-Drehung zur Viertel-Drehung. Und eine Viertel-Drehung zur Rückenansicht. Danke schön. Eine Viertel-Drehung. Eine Viertel-Drehung. Hallo, Beiner! Beiner! Hab die Beine was? So. Das hier wird spannend. Hallo! Zeig mal, Marcel! Danke! Von der 18er-Drehung kommen sechs ins Finale. Das heißt, hier werden wir uns von zwölf Drehungen schon trennen müssen. Jetzt kommen weiter. Zwölf müssen leider nach Hause fahren. Das ist aber auch jetzt nicht so schön. Bei der Nürnberg-Meisterschaft erster Wettkampf. Bei so einem Niveau kann leider nicht jeder Finale kommen. Aber einen riesen Applaus für das, was heute für steht. Unsere exikierten Künstler-Künstler-Künstler-Künstler-Künstler. Und insgesamt haben wir heute 56 Bikini-Welt. Für eine von diesen 56 Meldes steht hinten auch noch ein ganz großer Pokal, der Gesamtsieger-Pokal. Bei dem Niveau, das ist auf jeden Fall ein perfekter Start ins Wettkampfgeschehen. Ball hilfst! Ankündiglaus Zurufe Stecken auf mikäniere Beine! 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 Sehr schön, Marie! Sehr schön, Mariebe! Zwischenrufe, Sie haben noch mal einen kleinen Applaus. Wuhuuu! Es tut immer gut, wenn unser Ulrich steht und wartet. Es tut immer gut, wenn er das Publikum unterstützt. Haben Sie sich verdient? Alles klar, wir beginnen mit einem sechster Vergleich. Mit den Startnummern 153, 157, 161, 168, 169, 174. Wuhuuu! 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 Wuhuu! Wuhuu! Einmal lächeln! Einmal lächeln! Einmal lächeln! Eine Fiti-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung zur Rückenansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung vor Frontansicht. Dankeschön. Sehr schön, Karina. Perfekt. Das ist natürlich auch ein anstrengender Job für die Kampfrichter. Das darf man auch noch vergessen. Wir sitzen jetzt auch schon seit sechs Stunden da und bewerten die Erkenntnis. Es ist natürlich auch ein anstrengender zu vergleichen, wirklich sich da Mut zu geben, dass das alles passt. Hier von mir ist das beste Ergebnis. Und dementsprechend, ja, für jeden, der da verantwortlich ist heute, auf jeden Fall auch ein anstrengender, sondern auch für die Kampfrichter. Bei so vielen Athleten ist es natürlich auch immer eine knappe Entscheidung. Das heißt, wenn der eine oder andere, oder die eine oder andere heute enttäuscht ist, das ist völlig normal. Und der erste Wettkampf, dann macht es das alles super. Dann haben wir einen Wechselvergleich mit den Startnummern 154, 159, 130, 162, 163 und 164. Nachhinein Tor! Eine Fettigdrehung nach rechts und eine Fettigdrehung zur Frontansicht. Eine Fettigdrehung zur Frontansicht. Eine Fettigdrehung nach rechts und eine Fettigdrehung zur Frontansicht. Eine Fettigdrehung nach rechts und eine Fettigdrehung zur Frontansicht. Eine Fettigdrehung zur Frontansicht. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus